Weniger Stress und mehr Lebensqualität durch die Vier-Tage-Woche. Die Linke setzt sich aktuell für die Einführung dieser in Deutschland ein. Das Modell soll durch einen Vier-Stufen-Plan realisiert werden. Bereits bei Tarifverhandlungen mit der Bahn wurde die 30-Stunden-Woche diskutiert. Artis Gürpiner, Bundesgeschäftsführer der Linken, präsentiert das Konzept. Arbeitskräftemangel, besonders in der Pflege, motiviert die Initiative. 300.000 zusätzliche Pflegekräfte könnten durch die Pläne gewonnen werden. Die Linke stützt sich bei der Konzeptvorstellung auf Daten von Krankenkassen. Laut AOK verursachen psychische Erkrankungen lange Krankheitsausfälle. Im Schnitt 29,6 Arbeitstage pro Fall, mehr als bei anderen Krankheiten. Gürpiner kritisiert, dass ArbeitgeberInnen selten psychische Belastungen ihrer MitarbeiterInnen prüfen. Die Linke fordert daher eine Antistress-Verordnung. Demnach soll ein gesetzliches Anrecht auf flexiblere Arbeitszeiten kommen. Betriebe sollen bei der Umsetzung Unterstützung erhalten. Als Beispiel dient ein Modellprojekt in Spanien und auch eine britische Studie zeigt positive Effekte der 4-Tage-Woche. Thüringens Arbeitsministerin unterstützt die Pläne. Eine Thüringer Klinik praktiziert bereits die 4-Tage-Woche.